Herr, der du uns liebst, der du gnädig bist, unser Vater, wir danken dir. Du hast unsere Seele liebevoll umfangen, dass du uns vom Verderben herausgeholt hast und dass wir in deiner leiblichen Gemeinde und mit deinem Wort auch erzogen werden. Wir danken dir dafür. Herr, wir möchten als deine Kinder auch weiterhin stetig wachsen und auch mach uns eines Tages zu deinem Mitarbeiter. Herr, heute in der Predigt möchten wir auch von dir geholfen werden. Bitte mach unsere Herzen weit auf. Wir haben gebetet in dem Namen Jesu Christus. Amen. Lass uns aufschlagen im Neuen Testament, 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Lass uns gemeinsam lesen. Wenn wir sagen, Glaubensleben, das bedeutet, dass der Mensch das Wort Gottes annimmt und das ist das Glaubensleben, kann man sagen. Und deswegen das Wort Gottes. Auch in der Tat, dass wir errettet werden, ist durch das Wort Gottes geschehen. Davor, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 23, wollen wir aufschlagen. 23 bis 25 Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wie in Vers 24 geschrieben steht, alles Fleisch ist wie Gras und irgendwelche Herrlichkeit des Menschen ist wie die Blume des Grases. Wenn die Blume auch aufblüht, fallen sie auch ab. So ist auch die Herrlichkeit des Menschen. Es ist für eine kurze Zeit da und es ist bald wieder verschwunden. Aber das Wort Gottes ist für die Ewigkeit da. Und die Effektivität Gottes Wortes ist für die Ewigkeit. Und das ist das Evangelium. Und dieses Wort ist für immer da und welches immer lebt. Und das ist der unvergängliche Same also. In dieser Welt, alles was auf dieser Welt ist, wird eines Tages verwesen. Und deswegen, und das bleibt für eine kurze Weile, und da verschwindet es wieder. Und das ist nicht für Ewigkeit da. Und etwas, was ich für die Wahrheit geachtet habe, wird bald auch vergehen. Wenn jetzt aber neue Theorien zum Beispiel herauskommen, und da sagt man, nein, das ist richtig, das ist richtig, das verändert sich immer wieder. So sind die Lehren der Welt. Aber das Wort Gottes, welches immer lebt und für immer da ist, das wird in Ewigkeit nicht verändert werden. Das ist die Wahrheit selbst, kann man sagen. Und durch dieses Wort sind wir wiedergeboren. Ja, so sind wir errettet worden. Als wir auf dieser Erde geboren sind, sind wir als ein Sünder geboren, durch den Samen des Sünders. Deswegen, der Sündigt, der gehört zum Satan. Und nun, derjenige, der zum Satan gehört, bedeutet, dass in meinem Herzen sieben Gräuel drinstecken. Und dass der Satan mein Leben, über mein Leben herrscht. Ja, und irgendwelche Begierden von meinem Fleisch, oder irgendwelche Augenlust von mir, oder der Ruhm des Lebens, sie provoziert, sodass ich nur für das vergängliche Leben der Welt, und das aber wird vergänglich sein. Aber im Gegensatz dazu, das Wort Gottes, und dieses Wort ist, was nicht vergänglich sein wird, was das für immer lebt, und das ist der unvergängliche Samen, steht geschrieben, und das ist das Wort Gottes. Und deswegen sehen, ja, man steht ja geschrieben, man geht den Samen ausstreuen, und das ist das Wort einzupflanzen. Manchmal wird der Saat auf die Straße geworfen, manchmal wird der Saat auf einen felsigen Boden, oder strauchligen Boden, oder auf einen guten, fruchtbaren Boden, und das ist mit dem Feld des Herzens gemeint. Und weil mein Herz so ein guter Boden gewesen war, der so fruchtbar ist, hat der Saat also den Halm getragen. Also, das Leben hat also angefangen, kann man sagen, und das heißt, dass dieser Mensch dann errettet ist. Und dieser Samen ist das Wort, und dieser Samen ist der Samen Gottes. Lasst uns aufschlagen, 1. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Was heißt das, von Gott geboren zu sein? Ja, der, sein Same, sein Same, der nicht vergänglich ist, der bleibt in ihm, steht geschrieben, und dieser Same Gottes. Und deswegen davor, in Vers 8 steht ja geschrieben, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und deswegen hatte ich von Anfang an ganz viele Früchte der Sünde, aber nachdem ich errettet worden bin, der Same Gottes wird mit mir anfangen zu wirken. Und dieses Wort, dieser Same, ist der Heilige Geist auch in mir, und es ist auch in mir Gott selbst, und Jesus Christus ist dann in mir. Und das ist nämlich der Same Gottes, und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt in mir, was passiert dann? Dann werde ich die Früchte des Heiligen Geistes tragen. Und deswegen, ihr seid neu geworden, und nun seid ihr eine neue Schöpfung. Und ich bin also neu errettet worden, und das passiert durch das Wort. Vor 1. Petrus haben wir Jakobus, Jakobus Kapitel 1 schlagen wir auf. Vor 1. Petrus, Jakobus haben wir, Kapitel 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. So, wir sind gezeugt. Das heißt, ich bin wiedergeboren, wodurch? Durch das Wort der Wahrheit, welches nicht stirbt, welches lebt, durch dieses Wort. Und das ist der Wille Gottes. Nach seinem Willen, nach dem Willen Gottes, hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit. Das heißt, in der Tat, dass wir wiedergeboren sind, errettet sind, ist es durch das Wort Gottes passiert. Und dass man sagt, ich bin errettet, in anderen Worten, bedeutet, ich bin gerechtfertigt geworden. Und deswegen, derjenige, der gerechtfertigt worden ist, sind wir gerechter geworden. Zum Beispiel, wenn ich dienen gehe, dann bin ich ja ein Soldat geworden. Ich bin ein Soldat geworden. Wenn jemand in die Schule geht, er ist ein Schüler geworden. Und ich bin gerechtfertigt worden, dann bin ich ein Gerechter geworden. Ich war eigentlich ein Sünder von Identität her, aber ich wurde zu meinem Gerechten. Aber ist dieser Mensch dann verändert worden? Nein, der Mensch an sich nicht. Schauen Sie mal, dieser Schüler, bevor er in die Schule gegangen ist, war dieses Kind ein Kind. Und dieser Mensch, bevor er eingemustert war, war er ein Mensch. Und wenn er auch ein Soldat wird, ist er immer noch der gleiche Mensch. Und bevor er ein Polizist wurde, ist er der gleiche Mensch. Obwohl er ein Polizist jetzt nun geworden ist, er ist nur gleich. Nur seine Identität hat sich geändert. Dann, dass ein Sünder zum Gerechten wird. Und dass ein Sünder zum Gerechten wird, nochmal besser gesagt, derjenige, der zum Satan gehörte, ist der zum Kind Gottes. Seine Identität hat sich geändert. Wenn seine Identität sich geändert hat, und wenn er zur Polizeischule geht, wird er erstmal ausgebildet. Wenn er in die Armee geht, dann wird er erstmal ausgebildet. Wenn ich in die Schule gehe, werde ich erstmal gelehrt. Genauso müssen wir, wenn unsere Identität sich gewechselt hat, werden wir auch ausgebildet und trainiert. Aber wodurch denn? Wie ein Kindlein durch das heilige Wort Gottes, welches dem Milch ist. Das heißt, damit wir durch sie heranwachsen, steht geschrieben. Nochmal besser gesagt, wir sind gerechtfertigt geworden. Und in der Theologie nennt man dieses Wort Rechtfertigung. Das ist ein Begriff in der christischen Theologie, innerhalb der Gnadenlehre und die Rechtfertigung. Ich bin gerechtfertigt geworden. Und deswegen, ich bin gerecht geworden, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Aber Gott hat mich durch das Wort, als Jesus Christus kam, und dieses Werk, wir gehört haben, und durch den Glauben, sind wir gerechtfertigt geworden. Wir sind als Gotteskinder wiedergeboren. Aber nun, wenn man geboren ist, was passiert dann? Man muss wachsen, oder? Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod, steht geschrieben. Wenn die Sünde etwas empfangen hat, dann muss es gebären. Genauso, wenn eine Frau schwanger wird, muss es gebären. Obwohl wir es verschieben wollen, das Kind kommt einfach raus. Genauso, nun, ein Kind Gottes, ich bin geboren worden, ich bin wiedergeboren, dann werden wir auch wachsen. Wenn man geboren ist, wird man wachsen. Wie die Begierde empfangen hat, und gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie gewachsen ist, gebiert sie den Tod. Die Sünde wächst auch, genauso, mein Kind Gottes, muss man wachsen. Wie die Sünde, zwar groß wird, dann gebiert sie den Tod. Wenn aber ein Gerechter vollendet ist und immer größer wächst, dann wird er die Früchte des Heiligen Geistes auch tragen. Und nun, wenn wir die Sünde schauen, das nennt man in der Theologie Sanktifikation, oder auf Deutsch Weihe, dass dieser Mensch sich verändert. In Englisch, Sanktifikation sagt man. Und das ist genau, was Gott zu uns tut. Und das ist nämlich die Veränderung eines Christen, die Weihe. Und so wächst der Glaube, sagen wir. Und wenn wir wachsen, brauchen wir auf jeden Fall die geistliche Milch, und zwar das Wort Gottes. Und wenn ein Mensch geboren ist, jemand ist geboren, wenn jemand noch im Mutterleib ist, dann werden wir durch die Schnur erstmal versorgt von der Mutter, durch die Nabelschnur. Und da wächst ein kleines Kind im Mutterbauch. Aber wenn das Kind gewachsen ist, muss man die Schnur abschneiden, und dann isst man, speist man durch den Mund, oder? Und deswegen ein kleines Kind, wenn es geboren ist, aber nicht von der Milch trinkt, dann ist die Mutter sehr, sehr besorgt und traurig. Warum? Wenn man nichts isst, kann man auch nicht wachsen. Man wird krank, man wird schwach. Und das Problem entsteht im Leben. Genauso, wenn wir errettet worden sind, und wir müssen nun speisen. Wenn wir nicht wollen, müssen wir speisen. Ob ich essen will, muss ich auch speisen. Und ich muss unbedingt von dieser geistlichen Milch trinken, sodass ich wachsen kann. Und deswegen, das allererste Wort haben wir gelesen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. So, wir werden heranwachsen, nachdem wir errettet worden sind, wir sind als Gotteskinder geboren, errettet worden. Nun aber, damit wir sie heranwachsen, bedeutet, wir sind jetzt als Gerechte geworden, und nun werden wir auch gezimt leben, wie ein gerechter Mensch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eingemustert bin, bin ich an dem Tag sofort ein ausgebildeter Soldat? Nein, ich habe zwar die Identität, ein Soldat zu sein, ich muss aber durch ein Training gehen, damit ich lerne, wie man schießt, und damit ich den Gegner erkennen kann. Bis dahin, ich habe zwar die Identität, als ich eingemustert bin, aber nun, dass ich ein Soldat werde, muss ich erstmal auch Fortschritte haben. Und deswegen, wenn jemand zum Gotteskind geworden ist, meine Identität hat sich zwar geändert, aber ich muss auch gezimt leben wie ein Kind Gottes, bis dahin muss ich wachsen, und ich muss wirklich in der Tat ein Christ werden. Wie ein Soldat auch soldatwürdig ist, ein Polizist, ein Polizwürdiger ist, wie ein Schüler ein Schülerwürdiger ist, müssen wir Kinder Gottes auch kinderwürdig werden Gottes. Und dafür brauchen wir die unverfälschte Milch, und davon müssen wir speisen. So. Und wir Christen, die wir errettet worden sind, was für eine Rolle spielt das Wort? Es ist erstmal die geistliche Versorgung. Besser gesagt, wie wir Frühstück, Mittags und Abend essen, das ist das Brot meines Fleisches. Und das macht mein Fleisch gesund, das gibt mir Kraft, das gibt mir Energie. Falls ich eine Mahlzeit einen Monat lang weglasse, und dann hat mein Fleisch ein Problem, oder? Wir werden dann schwach, und wir werden alle krank. Wir werden gewisse Probleme bekommen. Genauso, wenn ein erretteter Christ, als ein Kind Gottes geboren ist, aber das Wort nicht zu sich nimmt, entstehen Probleme. Auf jeden Fall muss er vom Wort speisen. Warum? Denn dieses Wort ist das geistliche Brot und gibt mir Energie. Und die geistliche Energie gibt es mir, damit ich durch sie heranwachsen kann. Kolossa Kapitel 1 Kolossa Kolossa Kapitel 1 Vers 6 Kolossa Kapitel 1 Vers 6 Das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So, hier steht, die Frucht bringen, in der anderen Übersetzung steht, Frucht bringen heranwachst. Es gibt einige Leute, nachdem man errettet ist, sofort am nächsten Tag, sollte man das Wort hören. Aber auf jeden Fall, nur weil wir errettet worden sind, heißt es nicht, dass wir sofort Früchte tragen, sondern indem wir Früchte tragen, werden wir heranwachsen. Und nach diesem Wort zu leben, also früher war die Sünde immer hinter meinen Schritten zu sehen, aber nun, wenn ich zurückschaue, sehe ich nur noch Resultate, wie ich nach dem Wort gelebt habe. Als solche Früchte müssen sie sichtbar sein. Und das ist die Frucht der Gerechtigkeit, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, das ist die Frucht des ewigen Lebens. Und solche Früchte müssen hinter mir zu sehen sein. Und das ist die Früchte zu bringen und so zu wachsen. Wir müssen also wachsen. Und deswegen, wenn ein kleines Kind Hunger hat, kann es ja nicht aushalten, Mama, gib mir etwas zu essen. Und wir müssen auch immer Hunger haben im Geist. Hiob 23, vor Psalm ist es, Hiob, Kapitel 23, Vers 12. Hiob, Kapitel 23, Vers 12. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Hier steht Grundsätze, in anderen Übersetzungen steht, als meine Speise. Das heißt, das Wort Gottes, das Wort aus seinem Mund, habe ich wichtig geachtet. Warum? Mein Fleisch, 70, 80 Jahre, 90, 100 Jahre, ich esse zwar, aber ich werde eines Tages sterben. Aber das Wort Gottes wird immer mehr meinen Geist verstärken. Und es stärkt immer meinen Geist, sodass ich immer näher zum Gott gehen kann, sodass ich näher zum Himmelreich gehen kann. und das wird nämlich beeinflussen. Und deswegen, dieses Wort gibt mir die geistliche Kraft, die geistliche Energie gibt es mir. Zweitens, ja. Und es hilft, bewahrt mich, sodass ich nicht sündige. Das Wort Gottes bewahrt mich. Schauen Sie mal, früher, Adam hat das Wort Gottes verstoßen und er hat auf Satan gehört. Du sollst nicht davon essen. Er hat aber auf Satan gehört und nun wird er von Gott entfernt. Er wird näher zum Satan. Ferner vom Himmelreich und näher zur Welt. Fern von der Herrlichkeit, näher zum Fleisch. Ja, aber nun, derjenige, der durch den Samen Gottes wiedergeboren ist, dieser Mensch, er hat nun das Wort Gottes, wenn er darauf achtet und er hört also nicht auf den Satan, ja. Ja, ich hatte zwar die sieben Gräuel in mir und die haben mich gestochen. Der Satan hat mich kontrolliert. In Epheser Kapitel 2 steht ja geschrieben, der gegenwärtig unter den ungehorsamen Söhnen wirkt. Ja, die ungehorsamen Söhnen. Es gab einen Reist früher und danach habt ihr gelebt. Aber, nun, wenn ihr wiedergeboren seid, lebt ihr nur noch nach dem Heiligen Geist. Und wenn das passiert, das heißt also, dem Wort Gottes näher zu gehen und diese Worte, die ich euch geredet habe, ist der Geist und das Leben. Und diese Worte, die ich euch geredet habe, ist der Geist und das Wort und das Leben. Ja, und das ist der Weg zum ewigen Leben. Und Johannes Kapitel 1, 1 steht geschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, wenn ich näher zum Wort gehe, bedeutet, dass ich näher zu Gott gehe, das heißt, wenn ich in der Nähe vom Wort bin, bin ich auch in Gottes Nähe. Ich werde dann automatisch entfernt vom Satan. Ich werde entfernt von meinem Fleisch, von dieser Welt und näher zum Himmelreich. Und das Himmelreich ist nicht dort oder hier, sondern es soll in deinem Herzen sein. Es ist in dir, oder? Ja. Wir leben auf dieser Welt und wir können auch von dem Himmelreich genießen. und deswegen, wenn jemand dem Wort näher geht, dann wird er näher zu Gott, näher zum Himmelreich Gottes und ja, und ich werde entfernt von der Sünde und näher zur Gerechtigkeit, näher zur Herrlichkeit, nur näher zur Heiligkeit und deswegen, je nachdem, wo ich meine Nähe habe, das Wort bewahrt mich von der Sünde also. und es gibt ganz, ganz viele Beschreibungen über das Wort und zwar Psalm 119 und Psalm 119 ist das längste Kapitel der Bibel. Warum? Weil Gott uns da viele sagen möchte und wie dieses Wort sehr wichtig ist, wird uns beigebracht. Psalm 119 schlagen wir mal auf. Psalm 119 nach Hiob Psalm 119 Vers 9 119 Wie wird ein junger Mann seinem Weg unsträuflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Das heißt, wenn ich näher zum Wort Gottes gehe, werde ich bewahrt. Vers 11 zusammen Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen und wenn ich seine Worte in meinem Herzen bewahre, wird das Wort mich begleiten. Warum? Wenn ich in meinem Herzen das Wort habe, zum Beispiel, wenn der Sohn fragt, Papa, was soll ich machen? Mach, was du willst. Mach, was du willst. Und was ist in meinem Herzen? Das Wort ist drin. Und nach dem Wort solltest du handeln. Genau das gleiche gemeint. Und nun werde ich nach dem Wort auch handeln. Ich habe deine Worte in meinem Herzen gehabt, dann werde ich nach dem Wort leben und nicht nach meinem Willen. Und deswegen sogar mein Verhalten ist dem Wort angepasst. Vers 133 Vers 133 Mache meine Schritte Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Mach meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Wenn das Wort in meinem Herzen ist, wenn ich in der Nähe vom Wort bin, wird die Sünde automatisch entfernt. Mache meine Schritte fest in dein Wort, sodass die, sodass das Böse nicht über mich herrschen kann. So. Und dieses Wort bewahrt uns, sodass wir nicht sündigen. Und falls ich auch Sünden in mir habe, werde ich also von der Sünde und von Übertretungen auch reingemacht. Epheser Kapitel 5 Vers 26, wenn man dort liest, steht geschrieben, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Wenn wir, falls wir sündigen zur Zeit, dann wird dieses Wort, dieses Wort hier, mich reinwaschen. Und es wird mich heilig machen. Heilig bedeutet, dass ich abgesondert von der Sünde lebe, abgesondert, anders als die Welt, dass ich sozusagen geheiligt werde. Und er wird mich reinigen und heiligen. Und in Johannes Kapitel 17, Vers 17 steht geschrieben, reinige sie durch dein Wort, Gott, denn dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie durch dein Wort, nachdem wir errettet worden sind. Ja, wir haben noch diese Flecken von dieser Welt und sie werden heilig gemacht, gereinigt, und zwar durch das Wort Gottes. Und das Wort spielt diese Rolle. Ja, und es ist wirklich sehr wichtig, oder? Und Satans Verführung ist immer da und auch falsche Lehren und davon wird das Wort mich bewahren und auch von der Prüfung mich bewahren. Matthäus Kapitel 4 Matthäus Kapitel 4 Das hat Jesus Christus uns als ein Beispiel gezeigt. Matthäus Kapitel 4 Vers 1 Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. So, derjenige, der errettet worden ist, da kommt auf jeden Fall die Prüfung, ja, durch wen? Der Heilige Geist führt uns dahin, dass wir geprüft werden. Warum? Denn wenn man durch diese Prüfung geht, wächst mein Glaube. Deswegen. Und wenn man von der Prüfung fällt, dann werden wir auch umherhiert sein. Schau mal, was passiert, wenn du nicht nach dem Wort Gottes lebst? Und das möchte der Heilige Geist mir zeigen und beibringen. Da errettet er mich wieder, ah, ich muss also nach dem Wort Gottes leben, sodass ich so etwas mir vornehme. Ja? Aber Jesus Christus braucht das eigentlich gar nicht zu tun, aber er wurde vom Heiligen Geist geführt in die Wüste, damit er versucht würde. Und dann, in Vers 2, und 40 Tage und 40 Nächte hat er gefastet und zuletzt war er hungrig. Ja, wenn man 40 Tage und 40 Nächte nicht gegessen hat, was meinen Sie? Ja? Wie viel Hunger man hat? Und dann wird er geprüft, Vers 3, und Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus Christus ist doch der Sohn Gottes. Jesus Christus kann doch zu seinen Steinen befehlen, werde zum Brot. Kann er das oder kann er das nicht? Klar, aber hätte er auf den Satan gehört, dann gehorcht er dem Satan, dem Teufel. Er könnte es tun. Und dieser Versucher verlangt etwas nicht, was er nicht könnte, sondern was man kann, was möglich ist, wird auch von uns verlangt und dadurch werden wir versucht. Aber Jesus Christus hat ihn besiegt, in Vers 4. Er beantwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja? Und deswegen, der Mensch lebt zwar vom Brot allein, aber wie kann der Mensch nur vom Brot leben? Der Mensch existiert nicht nur für sein Fleisch, sondern meine wahre Existenz ist in meinem Geist. und wenn man diesen Geist aber vernachlässigt, das darf nicht passieren. Im Alten Testament steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und er hat ihn zack besiegt und Satan hat einen Schlag abbekommen. Er hat nicht auf den Teufel gehört. Aber Adam, Gott hat gesagt, iss nicht davon, von dem Tag, wo du davon isst, wirst du auf jeden Fall sterben. Aber der Satan sagt, iss ruhig, du wirst nicht sterben. Ja, wenn man isst, wird sein Fleisch nicht sterben, oder? Der Adam hat von der Frucht gegessen und er ist nicht gestorben, nur er hat die Liebe Gottes verneint und die Beziehung mit Gott wurde zerbrochen. Und das ist genau das Gleiche, auch zu uns, die Versuchungen. Er hat aber durch das Wort ihn besiegt, in Vers 5, und darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt du dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Jesus spricht zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jesus Christus war auf der Zinne vom Tempel. Natürlich, wenn er herunterspringt, wird er nicht verletzt werden, denn seine Engel würden ihn aufstützen und ihm helfen. Das ist alles möglich. Aber, wenn er das so tut, dann hört er auf den Teufel. Ja? Und er steht wiederum geschrieben, er steht geschrieben, du sollst deinen Herrn, Gott, nicht versuchen, oder? Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. und er hat wieder mit dem Wort ihn besiegt. Ich werde nicht nach deinem Wort handeln. Ich könnte es zwar, aber ich mache es nicht. Ich höre nicht auf dich. Und so hat er den Satan auch vertrieben. Und das ist nämlich, wie man die Sünde besiegen kann. Das ist ein siegreiches Leben. Und nun, in Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen hohen, sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und Herrlichkeit und spricht zu ihm, Jesus will ich dir alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Vers 10 zusammen, da spricht Jesus zu ihm, welch weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, ja, er hat nur durch sein Wort ihn vertrieben, aber der Satan, wie groß seine Kraft doch ist und plötzlich hat er ihn zu einem hohen Berg geführt und er zeigt alle Reiche der Welt und seine Herrlichkeit in einem Moment. Und der Satan hat auch unglaublich viel Kraft, also, aber seine, was er fordert ist, wenn du mich anbetest, ja, wenn du mich anbetest, werde ich dir alles geben, was ich hier habe. Und das, ja, ist, was ich bekommen habe, das werde ich dir auf jeden Fall auch zurückgeben. Ja, diese Herrlichkeit der Welt und all den Reichtum, ja, und alles, all die Herrlichkeit, die ich habe, ist eigentlich was, das von Satan kontrolliert wird. Das werde ich dir alles geben. Schauen Sie mal hier. Jesus Christus hat nicht gesagt, ha, das gehört doch alles mir, hä? Was? Warum sollte ich dich anbeten? Wozu sollte ich das? Ja, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott allein anbeten. Und genauso, der Teufel möchte mir ein gutes Haus geben, gutes Auto geben und guten Job geben und er wird dir alles Gutes geben, nur solltest du auf mich hören. Hör nur auf mich, wird er sagen. Ha, ja, das alles gehört doch dem Herrn. Ja, selbst wenn ich das alles hätte, brauche ich das alles? Nein. Was ich nur alles brauche, ist nur, was ich anziehen kann, nur ein bisschen, was ich zum Essen habe und was ich brauche, Geld ein bisschen für mein Leben und wenn ich etwas zum Anziehen, was zum Essen habe, soll mir genügen sein. Ich habe es genug. Diese Herrlichkeit der Welt, das wird alles vergehen und das wird wie eine Blume des Grases vergehen, verdorren und ich werde von dem Herrn so eine große Herrlichkeit bekommen, was soll ich schon damit? Ha, du sollst mir nichts einreden, denn es steht geschrieben, ja, so hat Jesus Christus ihn also besiegt und deswegen, das Wort Gottes, wenn man sein Wort kennt, kann man auch von seiner Verführung oder von falschen Lehren oder von der falschen Versuchung loskommen und man muss also das Wort kennen, oder? Und das ist die Rolle des Wortes und dieses Wort kann mein Herz und mein Leben verändern und wenn ich an dieses Wort glaube, wird es in mir auf jeden Fall wirken. Es verändert mich also komplett. Erste Thessalonicher, Kapitel 2 schlagen wir auf, Erste Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, Erste Thessalonicher 2, 13, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das heißt, wenn jemand glaubt, wird es wirksam in mir und es verändert mich also. In 2. Timotheus 3, 16 steht geschrieben, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. So. Und dieses Wort der Bibel wird also für mich auf jeden Fall belehren, überführen, zurechtweisen, erziehen in der Gerechtigkeit, damit ich als ein Mensch Gottes, also zubereitet werde, völlig verändert werde. Und zu jedem guten Werk, damit ich bereit dafür bin. Es verändert mich also. Mein Herz, mein Lebenswandel wird das Wort verändern. Ja, und deswegen, nun, lebe ich wirklich ein wirklicher Mensch Gottes. Und das ist eigentlich auch, warum Gott mich erschaffen hatte. Und so werde ich mich also verändern. Und dieses Wort wird mein hochmütiges Herz demütigen, sodass ich für Brüder und Schwestern demütig bin. Und es macht mich auch demütig. Wissen Sie, wer in dieser Welt wirklich nicht sympathisch ist? Der arrogant ist, oder? Der so hochnäsig ist, man möchte ja gar nicht in seiner Nähe sein. Es ist wirklich eine Qual, neben ihm zu sein. Er redet von sich selbst. Ich bin so toll und ich bin so gut. Und man hört ihm zwar zu, aber alle im Herzen denken sich, Mann, ich möchte schnell, ich kann überhaupt nicht leiden. Ja, und das hat alles mit der Hochmut zu tun. Ja, und dann wird man nicht von den Menschen hoch angesehen. Und in der Gemeinde ist es auch genauso. Ja, nicht nur in der Welt. Wie es Christus gesagt hat, ich bin sanftmütig und demütig im Herzen. Komm zu mir und lernt von mir. Denn ich bin im Herzen sanftmütig und demütig, hat er gesagt. Ihr sollt davon lernen. Aber wenn man dieses Wort erkennt, dann wird man demütig im Herzen. So, 5. Mose 17. 5. Mose, Kapitel 17. Und dieses soll bei ihm sein, er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und dieser Satzung bewahrt. und sie tut, dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu rechten noch zu linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere und so weiter. So, wenn dieses Wort neben mir steht und ich darin lese, dann wird er sich nicht erheben, weder zu rechten, zu linken. Ja, und auch unter den Israeliten, ähm, seine, sein Thron wird also länger, ähm, herrschen und das ist also eigentlich, was dem König gesagt ist, aber wir werden auch in der Zukunft wissen, wie die königliche Priester, steht in der Bibel geschrieben. Wir sind Könige und Jesus Christus ist der König der Könige, deswegen ist es okay, uns als Könige zu betrachten, aber man soll alle Tage seines Lebens es neben ihm haben und darin lernen und diese Worte, diese Gesetze, Satzungen bewahren, steht geschrieben. Und dann wird sein Herz sich nicht überheben über seinen Bruder. Das heißt, wenn man das Wort ganz gut lernt, er wird nicht arrogant werden. Und dieses Wort ähm, ist wirklich etwas, was uns weise macht und unser Herz auch erfreut. Psalm 19 Psalm Kapitel 19 Vers 8 und 9 im Deutschen Psalm Kapitel 19 Vers 8 und 9 Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht in unverständlichen Weise. Zusammen Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. So ist es ja. Er macht es in unverständlichen Weise, wenn man die Bibel ganz gut lernt, in der Bibel, ähm, selbst wenn man nicht lange gelernt hat, in dieser Welt, selbst wenn man jemand ungebildet ist, wird er noch weiser, als die Menschen, die gelehrt sind. Nicht nur das. Es erfreut das Herz, man ist fröhlich im Herzen, es erquickt die Seele. Wenn ich die ganze Zeit das Wort lese und zu mir nehme, dann erfreut sich mein Herz und mein Glaubensleben wird befestigt durch das Wort. Apostelgeschichte Kapitel 20 Apostelgeschichte Kapitel 20 Vers 32 Und nun Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. So hier, dieses Wort, was steht hier? Hat die Kraft, euch aufzuerbauen. Apostelgeschichte Kapitel 20 Vers 32 Richtig? Nochmal Und nun Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort in der Bibel kann uns befestigen und auferbauen. Und so viele Rollen spielt das Wort. Dieses Wort hat die Kraft. Das Wort eines kleines Kindes hat auch die Kraft. Mama, ich habe Hunger. Und die Mutter bewegt sich dann. Das Wort hat die Kraft, oder? Lass uns dreimal klatschen. Schauen Sie mal, wie Sie sogar auf meine Worte hören. Es hat Kraft. Früher, wenn der König der König ja, ein Befehl erteilt hat, zack. Und man, und dieses Wort des Königs hat einen Menschen ähm, ähm, im Leben gehalten oder getötet. Und so stark ist das Wort eines Menschen. Ah, das wäre echt unfassbar. Und ich, äh, wenn ich im Ausland bin zu missionieren und ich steige mich, äh, ins Flugzeug hinein und dann warte ich erst mal am Flughafen und normalerweise muss ich von 21 fliegen, aber mein Gleis ändert sich manchmal. Ja, es hat sich geändert. Aber hier steht zwar Gleis 21 und dort sollte ich einsteigen in den Flieger auf mein Ticket, aber es kommt eine Durchsage. Ja, wenn Sie nach X und Y fliegen vom Flieger X und Y ihr Gleis hat sich geändert von 21 ja, auf Gleis 18 zum Beispiel. Und da kommt so eine Durchsage. Und dann bewegen sich die Menschen von 21 auf wohin? Zu 18. Aber es gibt einen Menschen, der sagt, ach Quatsch, ja, hier steht auf jeden Fall 21. Und wenn er bis zum Ende dort bleibt, kommt er nicht an sein Ziel. Schauen Sie mal, was für eine Kraft das Wort hat. Ja? Und nicht nur das Wort, sondern die Schrift hat auch eine Kraft. Wenn wir mal am Busbahnhof sind oder so, dann sehen alle Busse gleich aus. Aber ganz vorne nur die Beschriftungen sind da anders. Ja, zum Beispiel Stuttgart, ja, Frankfurt oder Dortmund, ne, nur die Beschriftung vorne ist anders. Ah, hier steht zwar Stuttgart, aber ich glaube, dieser Bus fährt nach Berlin. Hä? Muss man seine eigene Meinung trauen oder was da steht? Die Beschriftung oder nicht? Wie stark ist das Wort also? Dieses Wort, wie stark es doch ist. Und das Wort des Schöpfers also, seine Worte vor ein paar tausend Jahren werden erst heutzutage erfüllt. Ja? Und das lebt also, dieses Wort. Ja? Und das ist das Wort Gottes, welches lebt. Ja, es lebt auf jeden Fall. Es gibt jemanden, der hat hier so ein Blatt Papier und er zeigt mir und sagt, damit komme ich nach Amerika. Ah, wie kannst du mit deinem Blatt Papier nach Amerika? Ja? Es ist aber ein E-Ticket, so ein, ein, ein gedruckter, gedrucktes Ticket, oder? Wie kannst du damit nach Amerika fliegen? Ja, aber wirklich mit diesem Blatt Papier kann ich nach Amerika fliegen, wenn das ein Ticket ist. Genauso, was da draufsteht, diese paar Schriften machen ganz schön viel aus, dass ich nach Amerika fliegen kann. Aber derjenige, der die ganze Welt geschaffen hat, sein Wort, diese paar Worte, kann mich in den Himmel hineinversetzen. Wissen Sie das? Und dieses Wort muss man so glauben. Ja? Und wir, wenn wir so ein Ticket haben und wir glauben daran und deswegen steigen wir in den Flieger ein. Oder? Und das wird auch wirklich passieren. Und genauso, das Wort Gottes, ja, es wird nicht von Böcken oder von Schafen, von Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut hat er eine ewige Erlösung erworben. Ah, durch sein Blut hat er mich also ewig gewaschen und mir vergeben. Und dieses Wort, und das ist das Ticket also zum Himmelreich. Und dieses Wort, wodurch ich errettet worden bin, das ist das Ticket zum Himmelreich und damit komme ich in den Himmel. Ja? Und das ist mein Ticket, womit ich einsteige. Wenn ich erstmal in den Flieger steige, dann schicken sie ja mein Ticket nach. Ohne mein Ticket kann ich ja gar nicht einsteigen. Ja? Genauso hier. Es ist so eine enge Tür. Man muss durch die enge Pforte gehen, sodass ich auch erstmal in die breite Straße reingehen kann. Und dieses Wort, ja, wie wichtig es doch ist. Dieses Wort, wenn ich es verachte, wenn es nicht durch das Wort ist, kann niemand errettet werden. Ja? Und es gibt nicht nur Worte zur Errettung, sondern nach der Errettung, wie ich auch wachse und all die Nährstoffe und all die Schätze ist hier versteckt. Und das muss man eins nach dem anderen heraussuchen. Und wie wichtig es doch ist. Kolossa, Kapitel 2 schlagen wir auf. Kolossa, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Kolossa, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Herzen, im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters, des Christus. Vers 3 zusammen. In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und die Bibel gibt mir ein Zeugnis. Und diese Schrift, diese Bibel zeugt von Jesus Christus allein. Und deswegen dieses Wort, alles dieser Bibel ist das Geheimnis und zwar Christus, damit wir ihn verstehen. Aber hier darin, was es versteckt, all die Schätze der Weisheit. Das heißt, man muss sie heraussuchen. Man muss die Schätze finden. und deswegen muss man eine richtige Einstellung zum Wort haben. Und zwar, man muss Sehnsucht nach dem Wort haben. Oder nicht? Was heißt das, Sehnsucht zu haben? Man sucht etwas. Man sucht nach etwas. Aber wenn ich keine Sehnsucht nach dem Wort habe, wenn ich keine Sehnsucht nach dem Wort habe, ist es nicht richtig. Im Psalm schreibt der Schreiber so, Ich suche das Wort mehr als Gold und Silber. Was denn? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes liebt er mehr als Gold und Silber. Wir haben ja vorhin auch im Psalm Kapitel 19, 19 gelesen, es ist wichtiger als pures Gold und es ist süßer als Honig in meinem Gaumen. Psalm 119 131 schlagen wir mal auf. Psalm 119 131 119 Vers 131 zusammen Ich tue meinen Mund weit auf und lechze denn mich verlangt nach deinen Geboten. Ja, wie das Kleinkind die Milch trinken will und Hunger hat, ja, und die Mutter aber irgendwie gerade beschäftigt ist und deswegen später kam und was macht das Kind? Ja, und lechze ja fast, ne? Mach den Mund auf und das kennen die Mütter bestimmt gut und ich tue meinen Mund auf und lechze, ja, denn mich verlangt nach deinen Geboten und genauso muss man das Wort wollen und suchen und Sehnsucht haben danach. Ja, wenn man Sehnsucht hat, wird man in die Näher gehen zum Wort, man muss näher bei der Bibel sein und dann das Wort Gottes nicht nur in der Nähe zu haben, sondern man muss das Wort Gottes auch verwirklichen und in die Handlung setzen und mit dieser Einstellung muss man lesen. Das heißt, nicht nur lesen, wenn ich nur lese und das war's, dann hat es gar keinen Nutzen für mich. So ist es auch. Kapitel 60, Vers 60, Entschuldigung, Kapitel 119, Vers 60. Zusammen. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Ah, Gottes Wort, ja, ja, ich lebe vielleicht morgen danach. Nein, es steht hier, ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe Gott, dann heißt es auch, sein Wort zu lieben und sein Wort zu bewahren und das ist einer, der wirklich Gott liebt. Hier ist Christus, wie er das doch betont hat, Johannes Kapitel 14, Johannes Kapitel 14, Vers 21. Kapitel 14, Vers 21. 14, 21. Zusammen. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird mich von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jesus Christus wird offenbart, Gott wird offenbart und man wird von Gott geliebt, man wird von Jesus geliebt und wenn ich das will, was muss ich tun? Man muss die Gebote festhalten und sie befolgen. Und das ist sehr wichtig hier. Hier, das Wort im Leben, man sagt das ja so oft und es gibt insgesamt fünf Dinge. Ich gehe an die Tafel kurz. Was heißt das, im Wort zu leben? Erstens, man muss das Wort hören. Hören ist einfach, man muss ja nur sitzen bleiben. Oder nicht? Warum? Die Ohren sind offen. Und zweitens, was ein bisschen schwieriger ist, ist zu lesen. Man muss das Wort auch mit seinem eigenen Willen lesen. Richtig? Lesen. Und wenn man liest, dann wird man in seinem Herzen etwas ankommen. In meinem Herz kommt etwas an, was mein Herz so zum Schwingen bringt. Und das Wort hat mir etwa Freude gegeben oder auf jeden Fall so eine Berührung gegeben. Ja? Und solche Worte muss man auspicken. Was muss man machen? Man muss diese Worte darüber nachsinnen. Nachsinnen bedeutet oder meditieren bedeutet, wie eine Kuh, was er gefressen hat, wieder wiederkeut. Dieses Wort wieder nachdenken, wieder nachsinnen. Es gibt jemanden, der sagt, jedes Mal, wenn ich die Bibel gelesen habe, es gibt Worte, die mich zum Schwingen bringen, die mich wirklich bewegt haben und sie schreibe ich mir auf, auf ein Blatt Papier oder so und ich nehme es den ganzen Tag mit zur Arbeit, dann habe ich das auf meinen Arbeitsplatz geklebt und dann, wenn ich zack so nach vorne gucke, dann, ah, dann wieder kauen und kauen. Und wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre, habe ich das irgendwie auf meinem Steuerruder geklebt oder so und ich warte auf mein Licht und dann wieder kauen und wieder kauen. Ja? Und so sind man im Wort nach. Und danach, was ein bisschen schwieriger ist, viertens, das Wort auswendig zu lernen. Auswendig lernen ist es, das Wort in meinem Herzen einzugravieren. Und was noch schwieriger ist, fünftens, das Wort zu befolgen, es zu bewahren. Und derjenige aber, der mein Gebot befolgt, ist derjenige, der mich liebt, steht ja geschrieben. Bis dahin muss ich hingehen also. Oder? Ich habe heute etwas gehört und ich lese es, ich ersinne nach und einige Worte lernt man auswendig. Man muss das Wort also verwirklichen, befolgen. Wer meine Gebote hält und befolgt, der ist es, der mich liebt. Das hat Jesus Christus so selber gesagt. Ja? Aber über dieses Wort. Wie müssen wir uns also verhalten? Pro Tag, jeden Tag muss ich mit dem Wort, mit dem Gebet anfangen und mit dem Gebet mit dem Wort beenden. Das ist sehr gut. Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich keine Zeit habe, lese ich wenigstens ein paar Verse durch. Ja? Und das Wort lesen und zu beten und abends, ja? Wenigstens, mindestens, äh, man sagt ja, wenn man pro Jahr einmal die Bibel durchlesen möchte, dann muss man ungefähr drei Kapiteln pro Tag lesen. Ja? Und deswegen, jeden Tag zu lesen ist nicht so einfach, wenn man es tut. Man hat, manchmal ist es auch weggelassen. Da muss man die Hausaufgaben nachholen. Ah, manchmal muss man dann pro Tag irgendwie zehn Kapitel lesen. Warum? Ich habe ja etwas nicht gemacht, ja? Auf jeden Fall, pro Tag muss man durchschnittlich drei Kapitel lesen und zwar jeden Tag stetig. Ja? Wenn jemand errettet, errettet worden ist, ist es besser für ihn erstmal für Neuerrettete neues Testament zu lesen von Matthäus oder so, wenn man etwas über die Lehre mehr lernen möchte, über die Doktrine, dann in den Römer. Auf jeden Fall, das Neue Testament liest man ein paar Mal durch und dann kann man mit dem Alten Testament auch nachlesen, anfangen, weil man ja auch neugierig ist. Und so kann ich auch etwas lernen von den Menschen, die die Bibel mehr gelesen haben als ich. Man muss auf jeden Fall in der Nähe vom Wort sein. Das ist nötig. Und wenn man das Wort liest, gibt es aber etwas, was ich nicht verstehe. Was muss man dann tun? Man muss nicht irgendwie die ganze Zeit mit meiner eigenen Kraft versuchen, zu interpretieren. Das darf nicht sein. Das ist eine Speise, die man noch nicht verdauen kann. Wie ein kleines Kind etwas Schafes nicht essen kann, oder? Es kann doch nicht essen. Hä? Es ist scharf, sagen sie. Und sie weinen. Und sie können Schafes doch nicht vertragen, oder? Genauso, in der Bibel gibt es einige Worte, die schwierig sind. Man soll sie nicht auf Ach und Krach interpretieren, einfach weiterlesen. Später, wenn ich sie wiederholt lese, oder in der Predigt vielleicht mir erzählt wird, kann ich das auch verstehen, oder in der Gemeinschaft verstehe ich es, oder im Glaubensleben werde ich das irgendwann mal auch erkennen. Und, wenn möglich, können sie auch die Bibel laut vorlesen. Natürlich, wenn die Situation es mir nicht erlaubt, dann kann man ja nur mit den Augen nur durchlesen. Es gibt auch einige Leute, wenn sie zur Arbeit fahren, sitzen sie in der U-Bahn, im Zug, oder so, und dann lesen sie dort die Bibel durch. Die anderen Menschen schauen ja auf irgendwelche Comics und irgendwelche Zeitungsartikeln, oder? Und auf andere Sachen, aber da liest man das Wort. Es gibt auch solche Christen. Und es gibt ja auch zurzeit so Hörbücher, was die Bibel angeht, und dann kann man das mithören, und dann das Wort mitlesen. Es gibt auch so eine App. Wie dem auch sei, sollte man das Wort jeden Tag lesen, und in der Nähe vom Wort sein, und das ist sehr gut. so. So, lasst uns zum Schluss den letzten Vers heute lesen, und zwar das ist der erste Vers von auch heute. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Lasst uns lesen und Schluss machen. Du thee, und seid als neugeborene Kindlein, begierig nach der unverfäschung des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Lasst uns gemeinsam beten. Gott unser Vater wir danken dir so sehr dass du uns errettet hast wir leben zwar für eine kurze Zeit in dieser Welt aber nach einer kurzen Zeit wirst du her auf die Erde kommen und in der Luft wirst du wieder kommen und es sind nicht mehr so lange dass wir dich wieder sehen werden und bis dahin her möchten wir nach unserer Errettung dein Wort essen und auch wachsen und möchten auch in deinem Werk ein Teil haben wenn wir vor dir stehen möchten wir auch von dir gelobt werden und solche Brüder und Schwestern möchten wir werden bitte leite unsere Wege wir haben gebetet in dem Namen Jesus Christus in Danksagung Amen